Wir machen das heute ganz schnell. Zwei Minuten rein, raus. Ja, also, ich hol der einen runter. Wie krieg ich den jetzt hoch? Puh, also für den Schwanz bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich spiel keine Schnittwaffen. Ich brauch dein Schwanzfleisch, Bro. Das vermisse ich. Körpernahe Dienstleister. Aber bitte mich nicht nageln. Ja, es hat trotzdem... Wenn du da physisch rumfummelst, es hat was anderes. Es hat ein anderes Gefühl. Boah, ich bin immer zu früh. Ihr wisst ja, ich bin mächtig. Also, technisch mächtig. Also, nicht Salami, ne? Nicht Salami, sondern Salami. Salami. Dass wir da auch auf einem Nenner sind, ne? Keine Knabbern, Aussie. So ein Ding. Ich mach ne Dose auf und schieb die dann über meine Karotte drüber. Ja gut, Bestellung angenommen. Hi, da war ne Ratze. Und ich bin feucht. Da regt sich gerade noch was. Deswegen werde ich kurz das Zimmer verlassen, um diese Regung zu beseitigen. Heißt nicht, dass ich in meinem Leben keine Nudeln anfasse. Oder niemanden, der Möpse hat. Sagen die, sind voll hässlich. Warte, ich will noch was reinstecken. Lass mich noch was reinstecken. Es ist genug. Lass mich noch mehr reinstecken. Das war die Stelle, die ich ganz am Anfang meinte. Hatte alle meine Zauber- und Mana-Samen in die *** gepackt. Und dann nimmt mir das Spiel sie einfach an dieser Stelle weg. War angefressen und gebrochen. Fühle. Ich hab das aber auch gemacht. Ich hab sehr viele... Oh, ich hab sehr viele Samen in die... Ich sage nichts, sage nichts, sage nichts, sage nichts, sage nichts, sage nichts. Ich sage meinen Mann. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Das war's. Ist das die? Ihr seid gekommen? Es war so klar. Sie hat uns geschminkt, Chat. Sie hat uns geschminkt. Das war's. Sie hat uns geschminkt, okay? Ich habe irgendein Video von TechTone gesehen. Hallo von Fred übrigens. Hallo Fred! Annika, sollen wir das Feuer entfachen? Guck mal hier. Woohoo! Wow. Sorry, ich war gerade immer rumspritzen. Ähm. Ich blase jetzt auch noch ein bisschen. Stopp. Ich mache jetzt erstmal was Spitz. Fahrer hin. Fünf Minuten rein, raus. Pünktlich gewesen, Ergebnis gehabt. Alles gut. Uuuuh! Pünktlich gewesen.